Willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Ihr habt euch so sehr über unsere Redewendungen mit Herz gefreut, dass wir heute noch einen drauflegen. Und dieses Mal dreht sich alles um Redewendungen, die sich auf den Körper beziehen. Also seid gespannt auf 10 Ausdrücke, die euren deutschen Wortschatz erweitern und eure Sprachkenntnisse der deutschen Sprache auf das nächste Level heben werden. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Los geht's, let's go! Starten wir mit der ersten Redewendung. Und das ist eine Geste, die du sicherlich schon einmal gemacht hast. Und zwar jemandem die Daumen drücken, im Plural. Du kannst aber auch nur einen Daumen drücken im Singular. Wann machen wir diese Geste? Wenn wir jemandem Glück wünschen wollen. Also wir stellen uns vor, unsere Daumen haben eine magische Kraft, die einer Person Glück bringen kann. Und wir können also zum Beispiel sagen, Max hat morgen eine wichtige Prüfung und seine Mutter sagt zu ihm, ich drücke dir die Daumen, dass du es schaffst. Also ich drücke dir, die Person im Dativ, ich drücke dir die Daumen, dass du es schaffst. Oder stell dir vor, du hast ein Vorstellungsgespräch. Dann kann ich sagen, ich drücke dir die Daumen für dein Vorstellungsgespräch. Oder vielleicht auch bei einem Wettkampf. Viel Erfolg bei deinem Wettkampf. Ich drücke dir die Daumen. Machen wir weiter mit Redewendung Nummer 2. Und hierfür brauchen wir unsere Augen. Genauer gesagt auch nur ein Auge. Die Redewendung heißt ein Auge zu drücken. Ein Auge zu drücken. Und diese Redewendung verwenden wir, wenn wir ein Fehlverhalten verzeihen. Also du kannst dir vorstellen, du bist zum Beispiel Lehrerin oder Lehrer und du möchtest ein kleines Fehlverhalten einfach verzeihen. Dir ist das jetzt egal. Zum Beispiel Lisa hat vergessen, ihre Hausaufgaben zu machen. Und du sagst dann als Lehrkraft, okay, ich drücke diesmal ein Auge zu, aber das darf nicht noch einmal passieren oder das darf nicht zur Gewohnheit werden. Das bedeutet also, dass du diesen Fehler nicht bestrafst, sondern du akzeptierst ihn und sagst, okay, das ist passiert, alles in Ordnung, ich habe ein Auge zugedrückt. Oder stell dir vor, der Polizist hat ein Auge zugedrückt und mir nur eine Verwarnung gegeben, wenn du zum Beispiel in Deutschland ohne Licht Fahrrad gefahren bist im Dunkeln. Dann bekommst du vielleicht eigentlich eine Strafe, aber der Polizist hat vielleicht einen guten Tag und er hat nur ein Auge zugedrückt und dir eine Verwarnung gegeben. Oder ein weiteres Beispiel, ein Mitarbeiter kommt zu spät in die Arbeit, aber er wird nicht geschimpft oder wird nicht bestraft, sondern der Chef lässt es ihm durchgehen. Vielleicht weiß der Chef, ja, er hat eine harte Zeit oder er ist ein bisschen gnädig, er lässt es ihm durchgehen. Der Chef drückt ein Auge zu. Hast du schon mal jemanden gesehen, der scheinbar alles mühelos schafft? Also ohne Probleme kann diese Person zum Beispiel einen Marathon laufen. Diese Person muss nicht viel dafür trainieren, muss nicht viel dafür tun, aber er schafft diesen Marathon einfach. Dafür passt unsere dritte Redewendung und zwar etwas aus dem Ärmel schütteln. Ein Ärmel, was ist das? Du kennst einen Pullover und ein Pullover hat zwei Ärmel. Also der Teil, in dem die Arme stecken, das nennt man Ärmel. Und wenn du etwas aus dem Ärmel schüttelst, dann bedeutet das, dass du etwas ganz mühelos schaffst, also etwas ohne Probleme, ohne große Anstrengung. Zum Beispiel stellen wir uns Johannes vor. Johannes hat eine Präsentation und hat aber eine Frage nicht vorbereitet. Aber er konnte die Antwort trotzdem einfach so aus dem Ärmel schütteln und hat alle Anwesenden total beeindruckt. Oder vielleicht kennst du eine Person, die immer eine Lösung für alle möglichen Probleme hat. Dann kannst du sagen, dass diese Person immer eine Lösung aus dem Ärmel schüttelt, egal wie schwierig dieses Problem ist. Kommen wir zur vierten Redewendung. Und das ist jemandem auf der Nase herumtanzen. Jemandem auf der Nase herumtanzen. Ich bin sehr gespannt, ob es diese Redewendung auch in deiner Muttersprache gibt. Vielleicht hast du eine Idee, was das bedeuten könnte. Ich sage mal so, das verwenden wir bei jemandem, der eigentlich immer seinen Willen bekommt. Das heißt, wenn jemand jemandem, also einer anderen Person auf der Nase herumtanzt, dann nutzt diese Person die Gutmütigkeit einer Person aus und macht, was er will. Hier mal ein kleines Beispiel. Tom erlaubt seiner kleinen Schwester alles und sie tanzt ihm deshalb auf der Nase herum und verlangt ständig neue Spielsachen. Bedeutet also, Tom liebt seine kleine Schwester total und er macht alles für sie und sie weiß das und nutzt das für ihren eigenen Vorteil aus und verlangt zum Beispiel immer neue Spielsachen und sagt, bitte, 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 lieber großer Bruder, bitte, ich möchte ein neues, keine Ahnung, eine neue Puppe oder so und er sagt, okay, das ist in Ordnung. Dann weiß die Schwester ganz genau, was sie tun muss. Sie tanzt ihm auf der Nase herum. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch in der Schule. Wenn du sagst, die Schüler tanzen der neuen Lehrerin auf der Nase herum, weil sie keine strengen Regeln aufstellt. Die Lehrerin ist neu an der Schule, sie möchte möglichst beliebt und sympathisch bei den Schülerinnen und Schülern sein und die Schülerinnen und Schüler nutzen das aus und sind vielleicht sehr laut und unterhalten sich während des Unterrichts und tanzen der Lehrerin auf der Nase herum. Kommen wir zu Redewendung Nummer 5 und dann hast du auch schon die Hälfte geschafft. Und für diese Redewendung brauchen wir sogar zwei Körperteile und zwar einmal die Hand und einmal den Fuß. Die Redewendung lautet, dass etwas Hand und Fuß hat und diese Redewendung zeigt, dass etwas wirklich gut durchdacht ist. Also etwas ist gut geplant. Also zum Beispiel ein Plan für ein neues Projekt. Wenn dieser Plan Hand und Fuß hat, dann sind alle Aspekte berücksichtigt worden und es ist alles durchdacht. Es ist alles geplant, strukturiert. Es ist alles sinnvoll. Oder ihr seid in einer Freundesgruppe und überlegt, was ihr gemeinsam am Wochenende unternehmen könnt. Und jeder macht einen Vorschlag, aber es sind teilweise wirklich komische Vorschläge dabei. Nur eine Person hat einen perfekten Plan gemacht. Diese Person hat an alles gedacht. Vielleicht wie viele Personen ihr seid, was den Personen jeweils Spaß macht, wie viel Geld ihr ausgeben wollt, wie das Wetter wird und so weiter. Diese Person hat an alles gedacht. Dann kannst du sagen, ihre Idee oder seine Idee hat wirklich Hand und Fuß. Wir sollten ihre oder seine Idee umsetzen. Wir sollten das machen. Übrigens, wenn dich das Thema Alltagsdeutsch und auch so etwas wie Redewendungen, Besonderheiten der gesprochenen Sprache interessieren, dann kann ich dir sehr unseren Kurs Fit im Alltag empfehlen. Dort gehen wir auf genau solche Dinge ein. Das heißt, wenn du ein bisschen mehr klingen möchtest wie ein Muttersprachler und auch diese Redewendungen oder auch bestimmte Modalpartikel zum Beispiel anwenden möchtest, dann schau unbedingt unter das Video in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link zu unserem Deutsch Campus. Und der Kurs Fit im Alltag ist Teil unseres Deutsch Campus. Also schau da unbedingt gerne vorbei. Kommen wir zu Redewendung Nummer 6. Und diese Redewendung dreht sich um die Ohren. Und zwar lautet sie die Ohrenspitzen. Die Ohrenspitzen. Und das heißt eigentlich nichts anderes wie aufmerksam zuhören. Das heißt also, wenn du aufmerksam und fokussiert zuhörst, dann möchtest du keine wichtigen Details verpassen. Also zum Beispiel klassisches Thema auch wieder in der Schule oder in der Universität oder vielleicht auch in der Sprachschule. Als der Lehrer das Thema für die Abschlussprüfung bekannt gab, spitzten alle Schüler die Ohren. Selbst die Schüler, die vorher noch geredet haben und dem Lehrer auf der Nase herumgetanzt haben, spitzen jetzt die Ohren. Also sie sind plötzlich hellwach und hören, was ist das Thema der Prüfung? Sie wollen das nicht verpassen. Sie wollen alle Informationen, die sie brauchen, hören. Also spitzen sie die Ohren. Oder vielleicht kennst du die Situation von früher, wenn dir vielleicht deine Großeltern eine spannende Geschichte erzählt haben. Dann sitzen alle Kinder um diese Großeltern herum und spitzen die Ohren, weil sie die Großeltern die Geschichte so spannend und aufregend erzählen können. Und sie wollen kein Detail der Geschichte verpassen. Redewendung Nummer 7 hört sich ein bisschen eklig an, nämlich ein Auge auf jemanden oder etwas werfen. Ein Auge auf jemanden werfen. Und das klingt eigentlich erst mal, wie gesagt, eklig, aber die Bedeutung ist genau das Gegenteil, nämlich, dass du jemanden oder etwas super interessant findest. Das heißt also, wenn man ein Auge auf jemanden oder etwas wirft, dann findet man es interessant oder attraktiv oder möchte es gerne haben. Also zum Beispiel Maria hat ein Auge auf das neue Kleid im Schaufenster geworfen und sie überlegt, es zu kaufen. Oder Peter hat ein Auge auf seine neue Kollegin geworfen. Also er findet sie attraktiv, er möchte sie kennenlernen. Du kannst auch ein Auge auf ein Auto werfen. Werfen, das bedeutet also auch, du findest das schön und du möchtest es haben. Du überlegst die ganze Zeit, soll ich es mir kaufen oder nicht? Ich finde das so schön. Ich habe ein Auge auf dieses Auto geworfen. Also wichtig, du kannst ein Auge auf eine Person oder auch auf einen Gegenstand werfen. Kommen wir zur Redewendung Nummer 8 und da möchte ich dich einmal fragen, ob du dieses Gefühl kennst, wenn du morgens aufwachst und schon das Gefühl hast, alles läuft schief. Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, heute wird nicht mein Tag. Dann passt Redewendung Nummer 8 wunderbar und zwar lautet sie mit dem falschen Fuß aufstehen. Das passt also, wenn du schlecht gelaunt oder vielleicht auch mit Pech in den Tag startest. Also zum Beispiel, heute Morgen hat Jonas verschlafen. Er hat sein Frühstück verschüttet und den Bus verpasst. Kein Wunder, denn er ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Oder sie ist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden und deswegen ist sie so gereizt. Sie wird schnell wütend. Oder naja, wenn du mit dem falschen Fuß aufstehst, läuft der ganze Tag einfach schief und nichts funktioniert. Redewendung Nummer 9 solltest du dir merken, wenn du eine Person bist, die gerne hilft. Dann kannst du nämlich sagen, ich greife dir gerne unter die Arme. Unter die Arme greifen bedeutet also, einer Person, die vielleicht gerade in einer schwierigen Situation ist, zu helfen. Zum Beispiel, als Paul Schwierigkeiten mit seinem Umzug hatte, griffen ihm seine Freunde unter die Arme und halfen ihm beim Tragen der Möbel. Oder du kannst zu deinem besten Freund, beste Freundin sagen, ich greife dir gerne unter die Arme, wenn du Hilfe brauchst. oder manchmal muss man auch anderen unter die Arme greifen, damit sie ihre Ziele erreichen. Jemanden unter die Arme greifen. Redewendung Nummer 10 dreht sich um die Zähne und diese Redewendung lautet, jemanden auf den Zahn fühlen. Auf den Zahn fühlen. Und das bedeutet, dass man jemanden sehr intensiv zu einem Thema ausfragt, um die Wahrheit herauszufinden. Also zum Beispiel, der Journalist, der Reporter, fühlte den Politiker auf den Zahn, um die Wahrheit über den Skandal herauszufinden. Das heißt, er bohrt nach. Er möchte das ganz genau wissen. Oder sie fühlte ihm lange auf den Zahn, bevor sie ihm vertraute. Oder bei der Untersuchung wurde dem Verdächtigen auf den Zahn gefühlt. Also er wurde sehr detailliert ausgefragt. Ich hoffe, dass euch diese Redewendungen gefallen haben und ihr ein bisschen was Neues gelernt habt. Und jetzt könnt ihr sie auf jeden Fall gerne mal ausprobieren und damit eure Freunde beeindrucken mit eurem Wissen. Und es gibt auch noch natürlich viel, viel mehr Redewendungen. Also wenn ihr euch einen Teil 2 wünscht, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Und dann werde ich das abdrehen für euch und noch mehr Redewendungen zum Thema Körperteile für euch heraussuchen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut!